Servus und Hallo zu In My Shadow. Ja, was haben wir denn alles? 10 von 10. 15 von 15. Licht im Dunkel. Wunderbar. Weiter geht's. Die Übersetzung ist jetzt nicht on top, aber ich glaube, man weiß, was meint das, ne? Was? Zwei Lampen. Ah, okay. Wollte schon sagen, wie soll das gehen, aber zwei Lampen. Zwei Lampen ist okay. Okay. Nein, das war, war nicht so gut. Es ist aber cool mit der Mechanik mit den zwei Lampen. Das finde ich sehr gelungen. Ja, so komme ich niemals da hin. Ja, so. Ausprobieren. Hoch. Und immer zu hoch. Ach, auf der Seite ist ja komplett wurscht. Ich muss ja, ich darf hier. Bin doch da gerade drauf gesprungen, ne? Denkfehler gehabt. Okay. Okay. Ach, da ist auch noch einer. Oh. Oh. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Okay, dann muss da hier wohl der Stuhl hin. Wie soll ich denn... ... ... ... ... ... Okay, kaputte Kiste. Ich muss das ganze Zeugstumme aus dem Weg räumen. Ist das immer nur im Weg? Okay. Hierher ist es echt schwierig so irgendwie. So könnte gehen, wenn ich schnell bin. Ich glaube ich komme auf den ersten Tisch nicht drauf. Nein. Oh, das muss doch gehen. So, was war die Definition von Wahnsinn? Dann kann man immer dasselbe versuchen und auf ein anderes Ergebnis hoffen. So ziemlich genau das mache ich gerade. Was probieren? Äh, falsche Taste. Wenn das jetzt reicht, dann es reicht. Leicht locker. Und ich mache mir hier einen Stress, wenn noch mal was... Oh Gott, war das easy. Eine Mörderfolge. Vielen Dank fürs Ansehen. Wahrscheinlich habe ich die Folge zusammengeschnitten. Könnt ihr mir vorstellen. Servus. Was neighbor lebt und sagt, bleibs. Weber. Untertitelung des ZDF, 2020